Ist das an? Mach jetzt mal einen Vlog. Jo, ich bin gerade hier. Es ist warm. Da sind zwei Leute da vorne. Mädchen tragen kurze Röcke. Das ist gut für alte Säcke. Meinst du, dass sie unvorteilhaft sind? Ja, so mal ich gerade wirklich was in der Nase habe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat. Es ist gerade Weitwinkel eingestellt. Dann ist er erst recht sympathisch. Ja? Jo. Und auf die Mädels hier stehst du? Ja, auf jeden Fall. Du musst dich aus den Kindern. Man hätte auch einfach die Kamera rumdrehen können, aber nie. Nein. Du hast immer so eine interessante Nase, glaube ich. Oh nein, das ist wirklich unangenehm. Ja, ist das an? Sag mir mal was zu den Kindern. Ja, Kinder sind... Attraktiv. Nein, nein, nein. Wenn man mit attraktiven Frauen schläft, kriegt man auch Kinder. Also möglicherweise, wenn man sich doof anstellt. Oder schlau, wie man jemals... Wie man das halt... Mein Gehirn ist kacke, weil das so warm ist. Scheiße. Live Lessons bis Herr Rotes. Oh, eine Minutengrenze und drei Sekunden viel.